Eine Autogrammstunde mit Vertretern von Hertha BSC Berlin hat es heute bei Reischmann in Kempten gegeben. Neben dem Spieler Christian Lell war auch der Torwarttrainer Christian Fiedler vor Ort. Darüber hinaus gab Karl-Heinz Riedler Autogramme. Er wurde als Nationalfußballspieler mit der Mannschaft 1990 Weltmeister. Anlass für den Besuch von Hertha BSC Berlin im Allgäu ist unter anderem ein Freundschaftsspiel heute Abend gegen den TSV Kottern. Die Bilder dazu sehen Sie morgen bei uns im Programm von TV Allgäu Nachrichten.